Hallo und schöne Grüße da draußen aus Rosenheim. Ich nehme euch heute mit zu meinem Herbstfest. Nein, Schmarrn, zu unserem Herbstfest. Das ist nämlich das 162. hinter mir. Das sind wir auf das Kasperltheater, rechts da war ich schon mit drei drin. Super Geschichten, wahrscheinlich dieselben Geschichten wie vor 30 Jahren. Die beste Dampfnudel und die besten Waffeln mit Schokosauce. Jetzt gehen wir ins Plötzinger-Zelt. Das ist mein Heimatzelt. Auch eines der größten Zelte Europas. Über 9500 Personen. Dann gibt es hier noch den Tatzelwurm. Ich würde mal sagen, das kann man so vergleichen, ein bisschen wie mit dem Käferzelt auf dem Oktoberfest. Riesenrad, 55 Meter hoch. Ganz neu dieses Jahr, Johann Auer. Und direkt daneben ist die Auerbräu-Festhalle. Und wem es nach vier Maß Bier immer noch nicht reicht, der geht dann einfach zum Prosecco-Stadl rein. Geil. Da schaust du jetzt, gell? Da schaut er blöd. Das war's also. März 2023 und wir enden natürlich im Plötzinger. Schönen Abend noch. Bis nächstes Jahr. Ciao. Babbig. Babbig. Wow.